Sie haben 2030 entschieden, für BMW die gesamte internationale Verkaufsliteratur in Print mit Zenjet zu machen. Darf ich fragen, was Sie dazu bewogen hat damals? 2003 hat BMW ausgeschrieben, die gesamte Verkaufsliteratur zentral an einer Stelle in München zu erstellen. Wir haben damals angefangen, ich glaube mit 24 Sprachen, wir sind heute 2008 bei 60 Sprachen. Wir mussten ein zentrales System schaffen, das uns in die Lage versetzt, weltweit zentralisiert auf einer sehr logischen Ebene unsere Kataloge zu erstellen. Sie waren einer der Anbieter. Am Ende haben wir mit Ihnen zusammen ein Projekt gestartet und sind heute in der Lage, mit diesem Produkt, mit Ihrem Produkt ZenShare, alle Verkaufsliteratur bei BMW zu managen. Was würden Sie sagen, haben sich Ihre Ziele von damals erfüllt? Uns war wichtig, ein offenes System zu haben, das heißt auch zukunftsträchtig für verschiedene Märkte, für verschiedene Anforderungen zu sein und das hat sich voll erfüllt. Das heißt also mit Ihrem Systemprodukt, was uns am besten damals gefallen hat, war eben die Offenheit Ihrer Systemarchitektur. Die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens hat uns beeindruckt und damit sind wir heute noch sehr zufrieden. Vielen Dank. Wenn Sie rückblickend sehen, was ZenShare in den letzten Jahren alles an Entwicklungen gewonnen hat, dann haben Sie ja auch gesehen, dass ZenShare eigentlich nicht nur für die Printproduktion, für die internationalen Werbemittel im Printbereich geeignet ist, sondern dass es eigentlich ein zentrales Tool ist, mit dem Sie die gesamte Kommunikation innerhalb eines Konzerns international abwickeln könnten. Nun sind es unsere Ziele, warum wir in den Markt gegangen sind. Was würden Sie sagen, warum ein Unternehmen wie BMW ein Werkzeug heute noch nicht komplett zentral einsetzt, um damit alle Daten in der Kommunikation zentral zu steuern? In einem großen Unternehmen ist es immer schwierig, die verschiedenen Königreiche zusammenzubringen. Online ist meistens, ich kenne kein Unternehmen, kein Großunternehmen, das zumindest anders funktioniert. Online ist meistens eine separate Abteilung. Print ist eine separate Abteilung. 3D ist eine separate Abteilung. Handelsmarketing, Financial Services, alles Menschen, die ihren Workflow seit vielleicht 10 oder 15 Jahren so betreiben, die lange Beziehungen haben, auch zu ihren Partnern. Und dann kommen sie mit der genialen Idee, ich mache das alles anders, ich mache das alles neu. Da gehört viel Diplomatie dazu, Überredungskunst. Nichtsdestotrotz, die Vision ist richtig. Wir sind der Meinung, dass in dem Bereich heute extrem viel Medienbrüche, extrem viel Organisationsprobleme liegen und dass das eigentlich der Bereich in jedem Großunternehmen ist, in dem sie die höchsten Potenziale von Effizienzsteigerung zum einen haben. Zum anderen geht es aber noch weiter, dass sie eigentlich, wenn sie just in time Content ausliefern wollen, mittelfristig gar keine Wahl haben, außer Content aus einem System heraus zu publizieren. Absolut richtig. Bin ich absolut d'accord mit Ihnen. Greenhouse zu gründen, also eine zentrale Agentur zu machen, war 2003 eine absoluten Novum in Deutschland. Das gab es noch nie. Das war eine Vorstandsentscheidung von BMW. Unsere Entscheidung damals für Senshare war, vorbereitet zu sein. Be prepared für die Herausforderungen der Zukunft. Wenn ein Unternehmen diese Visionen als ihre Visionen erkennt, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann haben wir auch ein Tool, mit dem wir sehr schnell das umsetzen können. Vielen Dank. Bitteschön.